Miau, 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 miau. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und ich möchte mit euch das Pen & Paper Rollenspiel Die Schwarze Katze spielen. Yay! Aber vorher habe ich noch eine klitzekleine schlechte Nachricht. Aber wir kommen gleich auf die Schwarze Katze zurück. Und zwar hatte ich in einem Video von mir, das letzte Video hier von vor zwei Wochen, habe ich für unter anderem diesen Samstag einen Stream angekündigt. Die anderen Streams waren ja schon, die habe ich auch gemacht. Aber diesen Samstag, also morgen, der 9.12. sollte der Stream kommen, wo ich eure Trailer quasi bewerte bzw. Pros und Contras herauspicke. Das Ganze schaffe ich leider morgen nicht. Der Stream muss ausfallen. Ich muss leider arbeiten. Das habe ich auf Discord bereits geschrieben. Gestern, glaube ich. Und jetzt sage ich es auch nochmal auf YouTube. Der Stream fällt auf jeden Fall aus. Es gibt diesen Samstag kein Stream. Und wahrscheinlich gibt es im ganzen Dezember jetzt erstmal keine Streams von mir. Und erst im Januar wieder. Ja, es tut mir wirklich leid. Weil ich muss jetzt wahrscheinlich jeden Samstag arbeiten, den Rest des Jahres. Und deswegen komme ich da einfach nicht zum Streamen. Ich bitte da um Verständnis. Arbeit geht vor. Ich kann meinem Chef nicht sagen, aber hey, ich muss streamen. Das geht nicht. Ihr versteht, denke ich mal. Gut, ärgerlich, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir holen das im Januar auf jeden Fall nach. Und auch im Januar werden wir die Schwarze Katze spielen. Und so schließt sich der Kreis. Wir sind jetzt wieder bei die Schwarze Katze. Und zwar, was ist die Schwarze Katze? Ein Pen & Paper Rollenspiel. Ich denke mal, wir machen mit dem ABG Maker Rollenspiele. Und dementsprechend weiß jeder P mal darum, was ein Rollenspiel ist. Und Pen & Paper Rollenspiel ist quasi das, was vor dem PC-Rollenspielen die Rollenspiele waren. Oder immer noch sind, tatsächlich. Genau. Man braucht technisch gesehen nur Stift und Papier. In meinem Fall braucht man Discord. Und wir werden das Ganze über Discord spielen. Ein Link zu meinem Discord-Server ist in der Videobeschreibung. Schreibt mich da einfach privat an, wenn ihr mitspielen wollt. Aber ich erkläre grob jetzt erstmal, worum es geht bei die Schwarze Katze. Ganz einfach, ihr seid beseelte Katzen. Und tragt Rüstungen, Waffen und erlebt halt lustige Abenteuer als Katzen. Ich kann euch auch kurz mal hier den Text hier vorlesen. Mal kurz den Beschreibungstext. Ah, hier seht ihr auch die hübschen Artworks. Die sind echt cool, oder? Die sind mega sick. Da kann man sich, denke ich mal, grob was darunter vorstellen, wenn man das sieht. Und wir werden kurz ein Abenteuer auf jeden Fall spielen. Es wird quasi ein One-Shot. Ja, wenn ihr Interesse habt, schreibt mich privat an. Ihr könnt auch nochmal Fragen stellen, entweder hier in den Kommentaren oder auf Discord. Etc. Ihr findet schon eine Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Okay, ich lese mal den Text vor. Springen deine Stiefel, streife deine Weste über, gürte deine Nadelklinge und setze dein Schlapphut auf. Dein Abenteuer beginnt jetzt. Ziehe als kühner Dachtänzer, als mutige Rattenfängerin oder als neugieriger, menschenkundiger los und entdecke die Welt von Aventurien. Die Schwarzkatze ist ein ganz besonderes Fantasy-Rollenspiel, in dem du und deine Freunde die Hauptrollen übernehmen. Katzen! Als Spieler von Die Schwarze Katze schlüpfst du in die Rolle einer erwachten Katze. Durch Streife verborgen vor den Blicken der Menschen die alte Hafenstadt Hawena, in der werden wir auf jeden Fall spielen. Ob als geschickte Dachtänzerin, wagemutiger Straßenkämpfer oder verwöhnte Schoßkatze, viele Abenteuer erwarten dich in den düsteren Gassen und Höfen der Städte, auf den Bazaren und Marktplätzen oder in der ewigen Dunkelheit der Kanalisation. Denn in Aventurien gibt es für schlaue, mutige oder schlichtweg dreiste Katzen, mehr als genug zu erleben. Ähm, ja, durch die Augen von Erwachten. Vor fünf Jahren ging ein Stern nieder. Mit dem Stern kamen Erkenntnis und Bewusstsein zu einigen Tieren. Sie begannen zu sprechen, nicht das Kauderwelsch der Menschen, auf zwei Beinen zu gehen, Werkzeuge zu benutzen, Kleidung zu tragen und vieles mehr. Menschen sind nützliche Idioten, die Futter zur Verfügung stellen, Werkzeuge herstellen und schöne Dinge besitzen. Allerdings sind sie auch tump, groß und es sind viele, das macht sie gefährlich, weswegen die Erwachten ihrer Existenz vor den Menschen verstecken. So leben viele Erwachte tagsüber als gewöhnter Stubentiger, faule Hauskatze oder bettelnder Straßenkater. Also auf gut Deutsch, ähm, vor fünf Jahren gab es da so einen Stern, der ist vom Himmel gefallen und hat die Katzen beseelt, zumindest manche und auch andere Tiere. Aber wir spielen Katzen, okay, wir spielen Katzen. Vielleicht spielen wir mal ein andermal auch mit Hunden und sowas, aber erst mal nur Katzen. Ähm, genau. Auf jeden Fall, die Katzen wurden beseelt, sind ein bisschen intelligenter geworden, fingen an, auf zwei Beinen zu laufen, haben Werkzeuge angefangen zu benutzen. Ja, sowas halt. Ich denke mal, jeder kann sich darunter was vorstellen. Genau. Ähm, genau. Und dann steht hier noch, denke ich mal, noch irgendwas über die Welt, aber ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, ja, ich werde das auf jeden Fall alles nochmal erklären. Wir werden spielen im Januar, erste Januarwoche, ähm, fünften Januar und, äh, das ist ein Freitag, der erste Freitag im neuen Jahr, abends, denke ich mal, und Samstag, denke ich mal, auch gegen abends. Die beiden Tage. Wenn ihr da Zeit habt und mega Lust habt, mit mir zusammen die schwarze Katze zu spielen, dann meldet euch bei mir. Ihr braucht dafür nur Discord, nichts weiter, keine Pen & Paper Erfahrung, einfach nur Spiel, Spaß und Freude. Mehr müsst ihr nicht mitbringen. Okay? Denn ich denke mal, das kriegt ihr hin. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt die Fragen und ich bin dann erst mal weg und, ähm, ich werde versuchen, demnächst noch den RPG Maker Unite zu testen in einem Video, äh, in einem Testvideo, aber ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr noch schaffe. Es wird echt ein bisschen eng wegen Arbeit und so. Gerade ist es ein bisschen stressig. Ähm, entschuldigt, wenn das ein bisschen länger dauert alles. Aber meine Stimme ist wieder super, wie ihr mitkriegt. Und ich bin kerngesund. Yay! Okay, tschüssli! Oder was soll ich sagen? Miau, miau, miau! Okay, ich bin richtig dumm. Es tut mir leid.